Ich bin Seebube, gehe allerdings auch gerne wandern und sonst verbringe ich natürlich gerne Freizeit mit Freunden und mich grillen sehr gerne miteinander. Mein Name ist Hannes Schwarz, ich bin CEO der Ifolo AG. Gestartet habe ich im Bereich Performance Marketing, bin rund ein Jahr dort gewesen. Ich bin nachher ein weiteres Controlling gewechselt, bis jetzt zum Leiter Finanzen und dann jetzt seit zwei Jahren in der Rolle als CEO. Also, was ich sehr schätze, ist die offene Kommunikation, die herrscht bei uns, die intensive Vertrauensbasis, die wir haben. Das zeigt mir, dass das Herz wiederum von den Mitarbeitenden der EBVs für die Firma Schlott bemiss und so kann man gemeinsam sensationelle Ziele erreichen. Ja, die Zahlen sprechen zu mir. Das geht am Morgen los im BI, direkt nach dem Aufwachen und zieht sich eigentlich bis in den Orbeginn und dann geht es relativ zügig bereits in die ersten Termine. Klassisch zum Beispiel am Dienstag ist der Vormittag reserviert für die GL. Am Nachmittag habe ich dann noch ein, zwei Schuhe fixe, grundsätzlich. Ich schaue natürlich, dass ich auch immer wieder irgendwo Pause habe, dass ich mich mit der Produktion verständigen kann. Ich bin sehr gerne in der Produktion unterwegs, habe sehr gerne den direkten Kontakt zu den Mitarbeitenden. Ifolo ist mein Leben in dem Sinn. Also, es hat angefangen als kleines Kind und ist seither sicherlich der intensivste Begleiter, den ich in meinem Leben habe. Wir sind immer auf der Suche nach talentierten Leuten, insbesondere in dem Bereich Marketing und Softwareentwicklung für den Standort Zürich. Mir ist der kulturelle Feed wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass man mit dem deutlich mehr anbringt, als mit reiner Fachkompetenz.